Wenn es dir wichtig ist, wie du Verhandlungen respektvoller führen kannst, ist das jetzt genau das richtige Video für dich. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass in manchen Verhandlungen das Wort Respekt eigentlich vor der Tür warten muss. Das hat im Raum überhaupt nichts verloren. Es gibt keinen Respekt in manchen Verhandlungen. Wenn du jetzt sagst, das ist bei mir oft so, dann finde ich das nicht schön. Dann passiert wahrscheinlich eins, dass dort Menschen sitzen, die, und jetzt Achtung, die Menschen auch angreifen. Und ich sage immer in Verhandlungen, sei hart in der Sache, aber weich zur Person. Die Person, die gegenüber sitzt, ist völlig in Ordnung, wie sie ist. Wie immer sie ist. Also die Person gegenüber mag dir komplett gegen den Strich gehen und trotzdem ist sie in Ordnung, wie sie ist. Und das Spannende ist, dort sitzen die unterschiedlichsten Charaktere. Und ich habe gerade ein Buch gelesen, ich möchte es dir einfach vorstellen, ich finde es so klasse. Das ist dieses Handling Shit von, wie heißt der, Dr. Frederik Hümmecke. Also unglaublich, dieses Buch Handling Shit ist einfach klasse. Und hier die Unterüberschrift, die richtige Umgang mit schwierigen Personen und Situationen. Ich kann es dir nur ins Herz legen, ich packe es dir unten drunter, aber du wirst merken, wow, na klar, die Person muss ja so sein. Und deswegen wird es noch wichtiger, hart in der Sache, aber weich zur Person. Die Person ist, wie sie ist. Und wenn ich an meine Geschichte denke, an meine ersten Verhandlungen, denke ich, wow, hättest du das mal alles gewusst, es wäre alles anders gekommen. Aber ich war damals auch so, dass ich gegen Personen gearbeitet habe und im Nachgang war das alles schädlich. Deswegen meine Bitte an dich, hart in der Sache und weich zur Person. Wenn du jetzt wissen willst, wie es geht, machen wir Beispiele. Stell dir vor, du hast etwas, wo es um, ja sagen wir mal, es geht um Gehalt. Dann kann es sein, dass es heißt, ich hätte gern mehr Gehalt und dein Gesprächspartner, deine Gesprächspartnerin sagt, das ist in der aktuellen Situation nicht möglich. Ja, sie, sie sind natürlich wieder gegen mich, ist mir doch klar, dass sie genau das wieder rausholen, dass ich ja nicht mehr Gehalt bekomme. Das war gegen die Person. Wenn du in der Sache sein willst, dann ist es etwas, wo du vielleicht sagst, okay, finde ich gut, dass sie das so offen ansprechen. Wissen Sie, ich habe gemerkt, dass es auch bei Ihnen dort Ideen gibt oder dass es bei Ihnen auch Ideen gibt, wie wir das umsetzen wollen, aber möglicherweise gibt es aktuell die Situation nicht her. Meine Frage an Sie. Und da bist du immer in der Sache. Du bleibst in der Sache drin. Wenn du sagst, ich habe bei Ihnen bemerkt, ich konnte beobachten, dann kommt von dir nochmal eine Begründung und dann kommt wieder ein Wunsch. Und das ist die sogenannte Problemansprache. Achte bitte darauf, dass du hart in der Sache, aber weich zur Person bist. Wenn du die Person angreifst, ja, sie wollen das nicht, sie sind ja gegen mich, was soll denn von der anderen Person kommen? Da kommt Recht für, nee, das ist nicht so. Hey, ich möchte gern, aber du bist nicht mehr in der Sache. Wenn du aber sagst, okay, ich habe verstanden, dass Sie jetzt an der Stelle etwas wenig Budget haben und Personalkosten schwierig sind, welche Alternative gäbe es denn dann? Ja, können Sie sich denn vorstellen, dass wir eventuell Ihnen eine Weiterbildung geben, die Ihnen dann später mehr Gehalt rechtfertigt? Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Du bleibst in der Sache. Und wenn du jetzt sagst, ja, wie kann ich solche Gespräche besser machen und wie wir das mit der Problemansprache, unten drunter ist einmal der Link zum Buch und unten drunter ist auch der Link zum Online-Kurs Gespräche besser führen, souverän und sicher in Gesprächen. Ja, schau mal rein, wunderbare Möglichkeiten, wie du dich in Gesprächen verbessern kannst, damit du in Verhandlungen einfach noch besser, überzeugender und ich sage es ganz brutal, geiler bist. Ja, mein Name ist Martin Rettmer, du bist hier auf dem Kanal Genial Reden. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen und wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag. Hab eine gute Zeit. Bis dann.